WDR mediagroup GmbH Jetzt noch endlich den Kontext, 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 dass ich kein Traktor wäre Dein echt enttäuscht, nur für nur 3 und 1 Seit dem Sinn gehen wir jetzt noch endlich den Fehler und sein Seit ich wieder broke bin, so wie Franyu Pol Leb' ich zurückgezogen auf einem Wertstoffhof in Brandenburg Vollkontakt, Konrad Tags, ein intriganter Bastard Ich wurde schon gecancelt, bevor Linke das gemacht hat Aus mir alle Probleme vom Hals schaffen, psychisch stabil so wie Reiswaffe Ihr könnt's nicht verstehen, etwa Credibil, hier geht die Lesbitte Farbe ins Beinflaschen Läub' egal, wohn' dir Geld zurück, doch ich bleib' da morgen wie die Rainbow Six Was wir ab heute sagen, bringt mir heute gar nichts, wenn mich die Räumungsslage wie ein A-Bot trifft Das ist Rap für Jungs in Schlagring-Jogging-Hosen Mit wahnhaften Psychosen, die seit Jahren ohne Wohnung sind Habt es nicht auf Anhieb, dann versuch ich's später Denn ich hab aufgegeben, die Berufsschullehrer Heute ist ein guter Tag zum Sterben, Dicker, wer gibt mir die Kugel? Denn ich wurde in meinem Leben öfter gefickt als ne Hure Das sind John Bono und Konrad aus nem Randbezirk im Osten Ich notiere nach ner Nase, Speedless, Kastenbier zur Fotze So flabern was von Hoffnung, ich hab Schulden zu begleichen Und verkaufe meine Mutter an Mustafa, wenn der Preis steht Wiedersehen zum Abend gleich den Gang zum elektrischen Stuhl Denn das höchste der Gefühle ist, mir vom Penny zu holen Als Heavy-Votation läuft Hot Temptation von Browses Denn wir stehen mit Silberblick auf jeder Querdenker-Demo Scheiß man auf Cannabis und Dien, ich brauche irgendwas zum Ziehn Und lasse alles stehen und liegen für paar Tage ohne Krieg Folge 3 Untertitelung des ZDF, 2020